Herr Lang ist Vertriebsleiter. Seine engagierten Außendienstmitarbeiter sorgen dafür, dass alle Kunden rundum gut betreut sind. Doch vor sechs Monaten kündigt der verkaufsstärkste Mitarbeiter. Seitdem steht ein komplettes Verkaufsgebiet leer. Wichtige Kunden gehen verloren. Die Umsätze fallen in den Keller. Wo bekommt Herr Lang nun einen qualifizierten Nachfolger her? Er wendet sich an Thomas Mayer von Sales Talent. Er ist Außendienstexperte und versteht, worauf es ankommt. Es dauert nicht lange und Thomas Mayer hat den passenden Außendienstmitarbeiter für Herrn Lang gefunden. Jetzt kann er die Umsatzziele erreichen. Geht es Ihnen genauso, dann lade ich Sie ein, mich anzurufen. Shirin nhinni